Das Geld für die Premieren-Torte hätten sie sich eigentlich sparen können. Aber das mit dem Kalkulieren von Kosten scheint in der Luftfahrtregion Bodensee ohnehin so eine Sache zu sein. Keine sechs Monate nach dem Jungfernflug muss die Airline eingestehen, dass sich die Verbindung Altenrhein-Friedrichshafen-Köln doch nicht rechnet. Vom Bodensee will man anscheinend nicht so dringend nach Köln. Der kürzeste internationale Linienflug, also der von Altenrhein nach Friedrichshafen, ist damit schon wieder Geschichte. Der Rekord nur eine Fußnote für Bodenseehistoriker. Die Lindauer Ortsgruppe des Bund Naturschutzes war von Anfang an gegen die Mini-Strecke. Lärmbelastung, Luftverschmutzung, Energieverschwendung, all diese Gegenargumente der Umweltschützer haben Fluggesellschaft und Flughafen überhaupt nicht interessiert. Nur die hohen Kosten und die niedrigen Einnahmen. Die ließen sich nicht so einfach wegwischen. Diese Erfahrung haben allerdings schon andere Airlines zuvor gemacht. Am Bodensee gibt es wohl einfach nicht genug Fluggäste. Morgen also, am Karfreitag, fliegt der Bodenseehüpfer zum letzten Mal. Wenn nicht, doch noch ein Wunder geschieht.